ja ein herzliches willkommen zurück der last von der last of us sind jetzt hier mit joel auf der suche nach ellie die ja gefangen genommen wurde jetzt erstmal hier den weg herausfinden schauen wo wir überhaupt hin müssen gehen wir mal in die richtung wir müssen über das stacheldatum können wir aber nicht tun das ist das problem und anderen weg suchen da bist du ja scheiße töte mich nicht mal bitte 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 lasst mich gehen schein nicht weiter hab dich arschloch mach dich kalt du bleibst Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ich lege nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein. Nein. Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Oh, Mann. Was ist denn los mit denen? Willst du hin, Ellie? Das ist meine Stadt. Mist. Verschlossen. Ich brauch ne Waffe. Oh, ja. Wo geht's denn hier rum? Ja, komm schon. Ich seh das ganze Ding doch mal. Ja, da du ich. Wer hat geschossen? Infiziert. Was? Das Mädchen. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, Ellie. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind, und dringend sie weg. Gefehlt mir das. Oh, mein Schiff. Los. Oh, verdammt. Mir reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar, Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Was ist dieser verdammte Ausgang hier? Wow. Hey, sie ist gedrückt. Ach, ihr wirst doch bezahlen. Oh, ich hab dich, du Gis. Ja. Oh. Oh. So, jetzt kommt er. So. Jetzt kommt er. So. Wo willst du denn hin, ha? Ich will hier raus. In den fucking Ausgang nicht. Da ist irgendwas. So. Oh. Wo lang, wo lang? Oh, sie sind überall. Gleich hier! Der reinste Irrgarten! Ich glaube, das kann zu einem hellen Problem werden. Wir haben schon ein Problem. Wir müssen bezahlen! Ah, wo soll ich hin? Ah, wo soll ich hin? Wo sind sie? Oh, es ist arschkalt! 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 Oh! Wie mache ich den Wichser fertig, verdammt? Gibt's doch nicht! Mann, von vorne krieg ich den nicht! Mein Gott, wie schafft man denn? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Hast du ihn doch irgendwie töten können? Oh meine Herren. Was gibt's da nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht genau wie ich den schaff. Mann ey. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Das ist sinnlos. Ich kann nichts sehen. Einfach weiter suchen. Wenn sie hier durchkommt, müssen wir sie schnappen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Ein gezielt, der rennt in den... Ich weiß noch nicht, das ist. Ich bin da drüben. Wo muss ich den jetzt hin, Herrgott? Ich bin da drüben. 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 Ich bin da drüben.